Geiles Gerät Geiles Gerät Oh, es geht los Ich hasse diese Map Ich hab ein Steinschwert Ich hab gar nichts, ficken euch alle Ich lauf einfach Müsste hier noch so irgendwie Diamantschwerterkisten geben Diamantschwerterkisten, ja Diamantsworn Chests Diamantsworn Diamantsworn Everybody will look you in For Diamantsworn Nimmst du auf? Ich? Ne, oder doch Ich nehm jetzt auf Okay 3, 2, 1 Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Travel in Mineville oder Karaoke LP Keine Ahnung Mit dabei Venicraft Und geiles Gerät Geile Grüne ist auch dabei Geile Grüne ist auch dabei Aber das ist nicht hier Das ist der Bruder von geiles Gerät Und wir spielen hier auf der Map Frozen Cargo Und ich bin ein Detektiv Juhu Und da läuft einer direkt weg Was bin ich? Ich bin innocent Ich bin innocent Ich bin innocent Aua Mir hat dich einer mitgegeben Mongo Wo bist du? Bist du beim Tester wenigstens? Ich lauf zum Tester, ich hab Angst Geiles Gerät, geh testen Ich bin innocent Wirklich Geiles Gerät, geh testen Ich glaub Ja Der ist Traitor, ich muss ein Traitor Ich werd gekillt von Spasten Von? Spasten Darf ich dir nicht sagen Der heißt Spasten Natürlich Geiles Gerät, musst du in das Oh, das arme Gerät Ey, 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 ey Wer hat mich jetzt geschlagen? Ich hab einen Stick Und ich hab keine Angst ihn zu benutzen Boah Lass mich doch mal testen Bob, du bist schon zum zweiten Mal gedreht Ich glaub ich zieh das heute auch nicht durch Mitnacht durchmachen Tschüss Wie Spaß noch beim Zuschauen Abonniert alle Don'siplay und so Und ja, tschau Der geiler Grüne ist auch schon weg Jetzt nimm mal lustig User disconnected from your channel Naja, ich hab das damals von Dom'si vorhin noch drauf auf der Aufnahme Komm jetzt raus Wir müssen Traitor suchen Komm mit Mich hat vorhin einer geschlagen Der hatte so ein Assassin's den irgendwas mit S hieß der Ja, die schlagen sich die ganze Zeit hier Der kann mir entgegengelaufen, wie ich ganz hinten war Ich hab mir das Eifengeschäft Da vorne, das war bis Detective Das, äh, brennt auch schon ein Das war Ja, sorry, ich hab den Namen nicht gelesen Er hinter mir läuft danach her Ich weiß nicht, ob der Traitor ist Okay, er schlägt nicht zurück Einfach an mit Ankleben Wie ne Kletter Ich hab ein Video von DFL mal gesehen Da war einer von den Typen da hinten Wie hat er das geschafft? Äh, wo? Da, ganz hinten in der Höhle Kein Plan Zufall Auf was denn hinter dir? Chris Play Erstmal hier runter, oder? Ja Uh, der Typ sieht mir verdächtig aus Äh, hier ist auf jeden Fall ein Traitor gestorben Bleib bei mir Ich bekomme gleich ein Buch Ich hab nur kurz nachgeschaut Pass auf Eric auf Ne, der war ein Tester Eric war ein Tester Nein, ich mein diesen Arten Ah, die zu Ah, okay, er rennt weg Äh, ich lass, ich lass meine Mannequins das machen Und? Was war der? Traitor! Ah, ja, ich hätt ihn hauen sollen Fuck Lodgeman war schon ein Tester glaub ich Was ist das für ein Buch? Äh, das ist mein Bericht Wenn ich mit deinem Stick rechtsklick mach Ach so, das da Seh ich halt, äh Widergestorben Depends of waiting to be fried Steht da Dallus Seeds to sexy Da hinten schlagen sich welche Oh, wir haben gewonnen Juhu Gewonnen Ich hatte das Eisenschwert Hey, sexy Eisenschwert Bäh 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 Oh Naja, bis zum nächsten Mal Tschüss